Shoppen trotz Baustelle. Das ist in der Augsburger Innenstadt möglich. Und mit dem neuen kostenlosen Sehrgutscheinheft von Projekt Augsburg City soll der Besuch in Augsburg jetzt noch mehr Spaß machen. Denn in dem Heft gibt es Gutscheine, Gratisleistungen und Prozente von 76 Einzelhändlern und Gastronomen aus der Innenstadt. Augsburg soll trotz Baustelle einen Besuch wert sein. Man kann schon wieder ganz unbeschwerten Fußes über das neue Pflaster flanieren. Es gibt natürlich an der einen oder anderen Stelle die rot-weiß gestreiften Barken. Aber der Eindruck, wie die neue Innenstadt wird, die ist an ganz, ganz vielen Ecken auch entsprechend zu sehen. Und wir möchten natürlich die Händler hier unterstützen während der Baustellenzeit. Es ist keine einfache Zeit, das ist allen bewusst. Aber wir möchten eben versuchen, den Menschen auch einen Anreiz zu geben, in diese wunderschöne neue Innenstadt zu kommen. Obwohl alle Geschäfte während der Bauphasen erreichbar bleiben, ist es trotzdem nicht ganz einfach. Vor allem für die kleinen Einzelhändler. Deshalb machen viele von ihnen beim Sehrgutscheinheft mit. Gerne bin ich dabei, weil es vor allem ein Produkt von kleinen Händlern ist. Gerade das Augenmerk wieder auf Individualisten in der Stadt auch gelegt wird. Und aufgrund der Baustellensituation ist es natürlich auch förderlich, mal ein bisschen werbewirksam wieder nach außen zu treten gegenüber Fremden der Stadt. Auch der Innenstadtgewerbebeirat sieht in dem Sehrgutscheinheft eine gute Möglichkeit für die Einzelhändler, auch während des Innenstadtumbaus präsent zu bleiben. Das Wichtigste ist einfach das Signal, das wir senden an die Kunden. Kommt doch bitte in die Stadt. Wir wissen, es ist ganz schwer für euch, aber wir tun alles, damit ihr euch hier wohlfühlt. Das gilt sowohl von Seiten der Stadt aus, die das ja finanziert hat, eben auch aus Seiten der Händler, die diese Einsätze bringen für das Gutscheinheft. Man darf nicht vergessen, der Gegenwert ist sehr, sehr hoch, was in diesem Heft auch zu finden ist. Und da setzen wir schon einen schönen Meilenstein, damit es weitergeht. Erhältlich ist das kostenlose Sehrgutscheinheft ab sofort in der Infobox am Königsplatz, in allen Kundenzentren der Augsburger Allgemeinen und den Heimatzeitungen.